Hi, ich bin EinfachYannis und bin Hobby YouTuber. Dieser Kanal ist eigentlich schon echt alt. Mein erster Start auf YouTube. Doch dann habe ich diesen Kanal eigentlich aufgegeben, um neu anzufangen. Mit EinfachYannis. Der läuft jetzt seit 2019. Ich bin sehr zufrieden. Könnt gerne ein Abo dalassen. Aber in Zeiten von Corona kommt jetzt sehr viel Langeweile auf. Und deswegen dachte ich einfach mal, ich werde diesen alten Kanal einfach zu einem Gamerkanal umwandeln. Meine alten Videos bleiben. Nicht wundern, viele Kochvideos. Gezockt wird Zockerstar. Ich werde Brawl Star mal versuchen und die verschiedensten Games, die so auf dem Handy gespielt werden. Einfach mal ran tasten. Vielleicht auch ein bisschen Fortnite. Oder irgendwas. Wie gesagt, es ist nur ein Nebenprojekt jetzt. Aber lasst gerne, Bruder. Wir können gerne zusammen zocken. Oi, Yannis. Checkt einfach Yannis.